Die Nusstiebe Es war einmal ein Tiger. Der hatte auf seiner Besitzung einen außerordentlich großen Nussbaum, dessen Früchte ganz herrlich schmeckten. Da der Tiger etwas geizig war, so ließ er bei allen Tieren bekannt machen, dass bei Todesstrafe niemand von den Nüssen nehmen dürfe. Die Bekanntmachung vernahm auch die Schildkröte. Aber da sie etwas dickfällig war, dachte sie, was geht's mich an? Und als nun die Zeit kam, dass die Nüsse reif waren, da besuchte sie einst ihren guten Freund den Hund. Nachdem sie sich ein Weilchen über das Wetter und die schlechten Zeiten unterhalten hatten, sagte die Schildkröte, lieber Freund, die Nüsse des Tigers sind reif. Hättest du nicht einmal Lust, einige zu versuchen? Also ich will dir offen gestehen, sagte der Hund, dass ich längst Lust verspüre. Und wenn du mitkommst, so bin ich jeden Augenblick bereit dazu. Gut, sagte die Schildkröte, so wollen wir doch gleich morgen hingehen, aber sehr früh müssen wir uns auf den Weg machen, und da das Frühaufstehen jetzt meine schwache Seite ist, so ist es wohl am besten, du kommst und weckst mich. Und damit ging sie nach Hause. Und am nächsten Morgen, zu bestimmten Zeit, bochte es an ihrer Tür. Ich komme, rief die Schildkröte, nahm ihre alte Tasche unter den Arm und ging. Ein Stückchen gingen sie schweigend nebeneinander her, dann sagte die Schildkröte auf einmal, eins wollte ich noch bemerken. Es kommt manchmal vor, dass einem eine Nuss auf den Kopf fällt, was einigermaßen wehtut. Da musst du mir nun fest versprechen, nicht zu schreien, sondern den Schmerz zu verbeißen und nur vor dich hin zu sprechen. Nie werde ich schreien, sagte der Hund. Denkst du denn, dass ich nicht weiß, dass der Tiger Ohren hat? Der würde doch wohl nicht lange auf sich warten lassen und uns beide töten. Ja, sagte die Schildkröte, du könntest dich am Ende ja noch retten, weil du so tüchtig laufen kannst, aber ich, Arme, ich mit meinen kurzen Beinen, ich komme nicht so schnell vorwärts wie du, mich würde er unfehlbar bekommen. Mach dir keine Sorgen, sagte der Hund, ich schreie gewiss nicht. Und so waren sie unter dem Nussbaum angekommen. Da lagen nun viele schöne Nüsse und die Schildkröte war emsig dahinter, sie in ihre Tasche zu sammeln. Auch der Hund sammelte und wußte sich vor Freude kaum zu lassen, wenn er immer wieder welche fand. In den tollsten Sprüngen umkreiste er den Nussbaum, die Schildkröte hatte ihre liebe Not, ihn in Ordnung zu halten. Eben kam er wieder auf sie zugestürzt, um ihr einen neuen Vorrat von Nüssen zu zeigen, da raschelte es in den Zweigen und bick, da fiel eine Nuss auf den Rücken der Schildkröte. Diese ließ sich nicht im Sammeln stören, sondern sagte gelassen, »Siehst du,« sprach sie danach zum Hund, »nun hast du's gehört, man kann es ganz gut aushalten.« »Ja, natürlich«, erwiderte der Hund und sprang davon. Nach einem Weilchen aber raschelte es wieder in den Zweigen und wieder fiel eine Nuss vom Baum herab und diesmal traf sie genau auf den Kopf des Hundes. »Hei, jei, jei«, schrie der Hund laut und warf seine Tasche weit fort und lief spornstreichs nach Hause. »Ach, du liebe Zeit«, sagte die Schildkröte ganz erschrocken, und da hörte sie auch schon den Tiger kommen. Sie hatte zum Glück noch so viel Besinnung, sich unter dem trockenen Laub zu verbergen. Der Tiger kam und fand sogleich die Tasche des Hundes. »Aha, also Nussdiebe«, sprach er zornig, »das sollt ihr mir büßen.« Nun begann er zu suchen, aber er konnte nichts entdecken und wollte schon umkehren. Da kam ein schwarz-weißes Vögelein dahergeflogen, setzte sich auf den Nussbaum und sang »Unterm Laub, Tiger, unterm Laub«, der Tiger fing von Neuem anzusuchen. Der Schildkröte lief es immer ganz eiskalt über den Rücken und tiefer und tiefer verkroch sie sich, aber immer lauter sang der Vogel »Unterm Laub, Tiger, unterm Laub«. Den Tiger vertroß sein vergebliches Suchen zu sehr und er meinte, der Vogel wolle ihn nur anführen, darum nahm er ein Stück Holz und warf es nach dem Vogel. Dieser hüpfte aber flink auf einen anderen Zweig und das Stück Holz klopfte nur einige Nüsse aus ihren Hülsen und die fielen dann zu Boden. Die Schildkröte war unterdessen unter die Wurzeln des Nussbaums gekrochen und glaubte, schon ganz sicher zu sein, als der Vogel wieder zu singen begann »Unterm Baum, Stamm, Tiger, unterm Baum, Stamm«. Als der Tiger das hörte, kam er gerade auf den Nussbaum zu, nahm vorsichtig das trockene Laub weg und sah unter die hohl liegenden Wurzeln und gerade der Schildkröte ins Gesicht. »Also du bist der Dieb«, schrie der Tiger sie an, nahm eine Tasche, er hatte deren zwei über der Schulter hängen, und wollte die Schildkröte eben hineinstecken, da sagte sie »Lieber Freund, nicht in deine schöne neue Tasche stecke mich. Nimm die andere, die ist älter und weniger schön, sieh doch nur, wie schmutzig ich bin. Wie würde ich dir die Tasche doch gleich verderben?« »Na, da hast du recht«, bemerkte der Tiger, damit steckte er sie in die alte Tasche hinein und lief mit ihr davon. Die Schildkröte aber hatte nur aus Schlauheit diesen Vorschlag gemacht. Sie wußte recht gut, daß die alte Tasche an einer Ecke sehr schadhaft war und daß sie mit wenig Mühe die Bambusfäden auseinanderziehen könnte. Sie machte sich auch gleich an diese Arbeit und war sehr froh, als sie auf das weiche Gras niederfiel. Ihr Nussbeutel aber und alles von Erde, Schmutz und Staub, was sie an sich gehabt hatte, war in der Tasche geblieben, damit sie dem Tiger nicht auf einmal so leicht wird, sagte lachend die Schildkröte und ging heimwärts, ruhte sich ein Weilchen aus, um sich vom Schreck zu erholen, und ging dann zu ihrem Freund, um ihm ihre Meinung über sein Benehmen zu sagen. Auch der Tiger war zu Hause angekommen und gab sofort Befehl, Wasser aufs Feuer zu stellen. Einen seiner Söhne sandte er aus und ließ alle Freunde und Bekannte zu einem Fest einladen. Sag ihnen nur, ich habe die Schildkröte beim Nüssestehlen ertappt und wir wollen sie gemeinsam verzehren. Der Sohn ging und die Gäste kamen. Als das Wasser brausend kochte, öffnete der Tiger mit vieler Würde seine Tasche. Aber wer beschreibt sein Entsetzen? Die Schildkröte war nicht da, und in größter Verlegenheit durchwühlte er die Nüsse und das Laub. Da fielen die Nüsse prasselnd durch das Loch auf den Boden, und er wußte nun ganz genau, auf welche Weise ihm sein Fang abhandengekommen war. Keines der geladenen Tiere konnte sich des Lachens enthalten. Ja, einige behaupteten sogar, der Tiger hätte nichts anderes gewollt, als sie zu betrügen. Und unter allerlei Spott und Hohnreden entfernten sie sich. Dem Tiger war ganz abscheulich zumute. Er kroch auf sein Lager, und seine Söhne dachten, daß er seinen Ärger verschliefe, aber sie irrten sich, denn der Tiger hatte nur die Augen geschlossen, um erst ungestört auf Rache sinnen zu können. Die Freundschaft des Hundes und der Schildkröte war durch dieses Ereignis nicht im geringsten gestört. Sie besuchten sich nach wie vor und sprachen öfter von ihrem missglückten Abenteuer. Der Hund hielt bei dieser Gelegenheit gern längere Reden über den plötzlichen Schreck und so, und einmal sagte er, wenn mir zum Beispiel heute eine Nuss auf den Kopf hiele, also ich würde keinen Laut von mir geben und mich ebenso wie du mit einem begnügen. Wenn das ein Wort wäre, sagte die Schildkröte, so kann ich dir nur sagen, daß ich nicht übel Lust verspüre, einen zweiten Versuch zu wagen. Aber wenn ich es nur ganz gewiß wüßte, daß du nicht wieder schreist, diesmal würde keine List helfen, der Tod wär uns sicher. Es ist hart, daß du mir keinen Glauben schenkst, sagte der Hund und sah ganz bekümmert aus. Dies tat der Schildkröte nun leid, sie reichte ihm die Hand und versprach ihm gleich, am nächsten Morgen den Gang mit ihm zu wagen. Und richtig, schon die ersten Sonnenstrahlen sahen die beiden zum Nussbaum wandern. Die Schildkröte hatte sich diesmal eine recht große Tasche von einer Bekannten geborgt. In diese wollten sie beide sammeln. Sie fanden auch Nüsse genug und die Schildkröte machte eben eine kleine Pause im Sammeln, als das bekannte Surren im Nussbaum losging und im selben Augenblick fiel die Nuss dem Hund auch schon auf den Rücken. Und mit lautem Geheul machte er sich aus dem Staub und gleich darauf fühlte sich die Schildkröte vom Tiger ergriffen. Der war so außer sich vor Freude, daß er sie gar nicht zu Wort kommen ließ. Er stürzte förmlich nach Hause und kam ganz außer Atem an. Der Hund war gerade nicht sehr weit gelaufen und sah aus der Ferne, wie der Tiger die Schildkröte in seine neue Tasche steckte. Und er hatte ein böses Gewissen und bedachte sich ernstlich, wie er seine Dummheit wiedergutmachen könnte. Er mußte die Schildkröte auf irgendeine Art retten, das war ihm klar, aber auf welche, das wollte ihm durchaus nicht einfallen. »Ich will zu einem Zauberer gehen«, dachte er endlich und machte sich sogleich auf den Weg. Der Zauberer war zu Hause und wußte auch guten Rat. Er holte mehrere lange Ketten, welche aus aufgezogenen Muscheln bestanden, auch eine Menge großer und kleiner Glocken legte er dazu und allerlei Geräte, die Klirren und leicht Lärm verursachten. Mit all diesen Sachen behing er den Hund, sodass er nicht mehr zu erkennen war. Zuletzt band er ihm noch eine große Bauke um und gab ihm Paukenschlägel in die Hand. Und als er so ausgerüstet war, sprach er. »Nun setz dich und hör mir ganz genau zu. Du gehst nun gleich, so wie du bist, zum Fluss hinunter und versteckst dich bei demselben. Es wird nicht lange dauern, und dann werden sie kommen, um Wasser zu holen, denn ich weiß, dass der Tiger kein Wasser zu Hause hat. Sobald du sie nun von der Ferne erblickst, setzt du dich zum Sprung bereit. Kommen sie nun ganz nahe, so springst du los und bellst und schüttelst dich und gebärdest dich wie ein Unsinniger. Dann wird niemand wagen, selbst der Löwe nicht, Wasser zu schöpfen und deine Freundin wird dadurch Gelegenheit finden, zu entschlüpfen. Dies gefiel dem Hund ganz außerordentlich, ja, er war so erfreut, dass er dem Zauberer um den Hals fallen wollte, dieser aber wehrte ihn lachend ab und trieb ihn dann zum Fluss hinunter. Unterdessen war also der Tiger mit seiner Gefangenen zu Hause angekommen. Die arme Schildkröte hatte in großer Angst noch einmal versucht, den Tiger zu überlisten, indem sie ihn wieder bat, sie ihn in die zerrissene Tasche zu stecken und die neue, die gute, zu schonen. Binde doch das Loch einfach fest zu, sagte sie zu ihm. Ich will gewiss an kein Entfliehen denken. Mir ist nur sehr schlecht zumute, dass ich für nichts aufkommen kann. Tu, was du willst, sagte der Tiger. Die neue Tasche ist mir sicher und dass du nicht entfliehen willst, glaube ich dir nicht, aber dass du nicht kannst, dafür lass mich sorgen. Und so waren die Aussichten der Schildkröte sehr schlecht und sie vernahm mit Grausen, dass der Tiger die Boten beauftragte, nunmehr alle Freunde zu laden und auch den Löwen und den Elefanten ja nicht zu vergessen. Der Tiger selbst bewachte die Schildkröte aufs Sorgsamste. Ja, er ging nicht einmal seinen Gästen entgegen, sondern wartete, bis sie alle beisammen waren. Und nun erst stellte es sich heraus, dass kein Wasser in den Krügen war. So müssen die Söhne schnell gehen und welches schöpfen, sprach der Tiger. Auch sorgte er dafür, dass ein helles Feuer prasselte. Die Schildkröte ging von Hand zu Hand, jeder wollte sie sehen, immer wieder wurde der Tiger um ihren Fang befragt. Eben war er wieder dabei, die Geschichte so breit als möglich zu erzählen, als seine Söhne mit lautem Geschrei ins Haus stürzten. Sie beruhigten sich auch erst gar nicht wieder, sondern schrien immer lauter, es sei etwas im Fluss gewesen, das so, so schrecklich, es sei im Fluss gewesen, dass sie vor lauter Angst glaubten, sterben zu müssen. Was für ein Unsinn, sprach der Tiger und ließ die Söhne schreien und bat einiges einer nächsten Freunde doch hinzugehen und Wasser zu schöpfen. Es währte aber gar nicht lange, da kamen auch diese ganz entsetzt zurück und bestätigten die Aussage der Söhne. Da stand der Löwe auf und sprach stolz, na gut, so werde ich eben Wasser holen. Darauf winkte er dem Hasen und ließ sich die Flaschen und Krüge von demselben anbinden. Aber in kurzer Zeit kam auch er bebend und mit gesträubter Mähne zurück. Und als sie ihn von Weitem erblickten, befiel sie alle eine große Angst, welche noch größer wurde, als sie den Bericht des Löwen vernommen hatten. In meinem ganzen Leben ist mir so etwas noch nicht vorgekommen, so erzählte der Löwe. Das kann nur mit Zauberei zugehen. Denn was ich sah und was ich hörte, das war kein Tier und nicht die Stimme eines Tieres. Nein, das war etwas Entsetzliches. Und mit solcher Gewalt kam es daher, daß ich vor Schreck zu Boden stürzte. Aber ich raffte mich gleich wieder auf und entflog glücklich, obwohl das Untier mich noch lange verfolgte. Aber ich bitte euch, sprach der Elefant. Was soll es dann sein? Ich habe mich noch nie gefürchtet und tue es auch heute nicht. Und keiner könnte mich bewegen, jetzt dem Fluß fern zu bleiben. So geh, sprach zornig der Löwe. Und der Hase sprang hinzu, um dem Elefanten die Krüge anzubinden. Als er sie nun vom Löwen forderte, wendete dieser im Grollen den Rücken zu, denn er hatte sie alle auf der Flucht zerbrochen. Der Elefant sprach lachend zum Hasen. Wozu soll ich Krüge tragen? Habe ich nicht einen Rüssel? und damit trabte er gemächlich ab. Die Zurückgebliebenen erwarteten mit größter Spannung seine Rückkehr. Ja, er kam zurück. Aber sein gewaltiges Trompeten kündete ihnen schon von Ferne an, daß er außer sich vor Zorn war. Und als er nun vor ihnen stand, da war er furchtbar anzusehen, daß sie jetzt alle fest davon überzeugt waren, daß ihnen Tod und Verderben am Fluß drohten, falls es noch einer wagen wollte, dorthin zu gehen. Und der Tiger, der war rasend vor Wut. Und alle sprachen jetzt untereinander von dem schrecklichen Ungeheuer. Jeder beschrieb es, wie er es gesehen hatte. Nur der Tiger ganz allein hat es nicht gesehen. Er beschloss bei sich, alles daran zu setzen, um auch zum Fluß zu kommen, wenn er nur nicht so große Angst gehabt hätte. Aber da fiel ihm etwas ein. Er trat mitten unter seine Gäste und redete folgendermaßen. Liebe Freunde, ich danke euch, daß ihr gekommen seid und daß ihr alle bereit gewesen seid, mir zu helfen. auch glaube ich es, euch ganz felsenfest, daß dort unten beim Fluß ein unbekanntes Tier ist, welches schrecklich anzusehen ist und euch, meine Freunde, so sehr erschreckt hat. Aber ich denke, nun kennt ihr es alle und seid auf sein Erscheinen vorbereitet. Darum möchte ich euch den Vorschlag machen, daß wir alle zusammen zum Fluß hinuntergehen und in Gemeinschaft versuchen, das Tier zu fangen und zu töten. Nach dieser langen Rede entstand ein Gemurmel unter den Tieren. Sie überlegten es sich, ob sie den Gang noch einmal wagen sollten, aber endlich entschieden sich einige für das Wagen es, die anderen folgten zögernd und bald sah man die ganze Gesellschaft dem Fluß zustreben. Voran der Elefant und der Löwe, hinter ihnen sich möglichst verbergend der Tiger. Vergessen war die Schildkröte in der neuen Tasche. Nur ein Gedanke beherrschte sie alle, nämlich der, was werden wir am Fluß erleben. Als das letzte Tier zum Haus hinaus war, machte sich auch die Schildkröte auf den Weg, aber auf einen anderen. Sie waren nicht neugierig auf das Abenteuer, ahnte sie doch längst, daß der Hund sich eine Liste ersonnen hatte, um sie zu befreien, und als sie so gemächlich dahin wanderte, gedachte sie mit rechter Sorge ihres Freundes, denn sie sagte sich mit Recht, daß es ihm gewiß ein leichtes gewesen sein würde, jeden Einzelnen zu erschrecken und fortzuscheuchen, daß es aber wohl seine Schwierigkeiten haben würde, den ganzen Zug anzuführen und wehe ihm, wenn sie ihn erkannten. Aber diese Sorge war umsonst, denn als sie jetzt in den Waldweg zu ihrer Wohnung einbog, kam mir der Hund schon entgegen. Er hatte sich, als er sie alle ankommen sah, eiligst fortgemacht, in der Hoffnung, daß die Schildkröte den rechten Augenblick zur Flucht wohl schon gefunden hätte. Als sich die beiden so plötzlich gegenüber stand, war ihre Freude sehr groß. Der Hund sprach, verzeih, gute Tante. Sie aber wehrte ihm und antwortete, komm, lass es gut sein, du hast dich als treuer Freund bewiesen, aber Nüsse wollen wir nicht mehr zusammen stehlen. Der Tiger und seine Gesellschaft waren sehr erstaunt, als alles am Fluß ruhig blieb. Sie kehrten sehr enttäuscht, mit dem lachenden Tiger um, dieser aber hörte auf zu lachen, als er zu Hause die leere Tasche fand. So ging die Gesellschaft sehr unmutig auseinander und einer gestand es dem anderen. Nichts sollte ihn so leicht wieder bewegen, beim Tiger zu Gaste zu sein. So erzählen die Bantu. Der tausend Künstler der Ebene Ein Mann und eine Frau bekamen zuerst einen Jungen und daraufhin ein Mädchen. Als das Mädchen zu Heirat gekauft worden war, sagten die Eltern zum Sohn, nun haben wir eine Herde zu deiner Verfügung. Jetzt ist für dich der Augenblick gekommen, dir eine Frau zu nehmen. Wir werden dir eine hübsche Ehefrau aussuchen, deren Eltern ehrenwerte Leute sind. Doch er weigerte sich entschieden. Nein, sagte er, gebt euch nur keine Mühe. Die Mädchen, die es hier gibt, die mag ich alle zusammen nicht leiden. Wenn ich durchaus heiraten soll, werde ich mir selbst eine aussuchen. So will ich es. Mach es, wie du willst, sagten die Eltern. Aber wenn du später Unglück hast, ist das nicht unsere Schuld. Er machte sich auf, verließ das Land und ging sehr, sehr weit in eine unbekannte Gegend. Und als er in ein Dorf kam, sah er dort junge Mädchen, einige zerstampften Mais, andere kochten. Er traf im Stillen seine Wahl und sprach bei sich, die da, die da, die gefällt mir. Und dann ging er zu den Männern des Dorfes. Guten Tag, Väter, sagte er. Guten Tag, junger Mann, was wünschst du? Ich möchte eure Töchter ansehen und dann will ich mir eine Frau nehmen. Schön, schön, wir werden sie dir zeigen und du kannst dann wählen. Man führte sie alle an ihm vorüber und er bezeichnete die, welche er haben wollte. Und sie gab auch sofort ihre Zustimmung. Deine Eltern werden uns wohl noch besuchen und uns selbst den Brautschatz bringen, sagten die Eltern des jungen Mädchens. Ganz und gar nicht, antwortete er, ich habe meinen Brautschatz bei mir, nehmt ihn, hier ist er. Ja, dann fügten sie hinzu, dann werden sie aber doch wohl später kommen, um dir deine Gattin zuzuführen. Nein, nein, ich Sie würden euch nur kränken mit ihrer harten Art und ihren Ermahnungen für das Mädchen. Laßt sie mich nur gleich mitnehmen. Die Eltern der Jungverheirateten willigten denn auch darin ein und nahmen die Braut nur noch einmal mit in die Hütte beiseite, um ihr Verhaltensmaß Regeln zu geben. Sei gut gegen deine Schwiegereltern und pflege deinen Mann ordentlich, hm? Und dann boten sie den jungen Eheleuten noch eine jüngere Tochter an, die ihnen bei der Hausarbeit helfen sollte. Aber die Frau wies sie zurück. Darauf bot man ihr zwei an 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 zwanzig die sie selbst wählen sollte. Nein, beharrte sie, ihr könnt mir aber den Büffel des Landes, unseren Büffel geben, den tausend Künstler der Ebene, der kann mir dienen. Aber wieso denn der, sagten sie, du weißt, dass unser aller Leben von ihm abhängt. Hier wurde er gut genährt und gepflegt, aber was willst du im fremden Land mit ihm anfangen? Er wird hungern, sterben, und wir alle werden dann mit ihm sterben. Aber nein, sagte sie, ich werde schon gut für ihn sorgen und ihn pflegen. Ehe sie ihre Eltern verließ, nahm sie noch einen Topf mit einem Bäckchen medizinischer Wurzeln mit, ein Horn zum Schröpfen, ein kleines Messer zum Einschneiden und einen Flaschenkürbis voll Fett. Dann brach sie mit ihrem Mann auf. Der Büffel folgte ihnen. Er war aber nur ihr sichtbar. Der Mann sah ihn nicht. Er hatte keine Ahnung, daß der Tausend Künstler der Ebene der Diener war, der seine Frau begleitete. Und als sie in das Dorf des Gattens zurückgekehrt waren, wurden sie mit Freuden Geschrei empfangen, heu jo, heu, heu, nun sieh mal, sagten die Alten, nun hast du also doch eine Frau gefunden, du hast keine von denen gewollt, die wir dir vorgeschlagen haben, aber das macht ihr nichts, es ist schon gut so, du hast deinen Kopf durchgesetzt, wenn du einmal Feinde hast, darfst du dich aber nicht beklagen, der Mann begleitete seine Frau auf die Felder und zeigte ihr, welches die seinen wären und welches die seiner Mutter, sie merkte sich alles und kehrte mit ihm zum Dorf zurück, unterwegs aber sagte sie, ich habe meine Perlen auf dem Feld verloren, ich muss umkehren, um sie zu suchen, in Wirklichkeit wollte sie nach dem Büffel sehen, Felder, bleibe hier und dann ist hier noch ein Wald, in dem du dich verstecken kannst. Es ist recht, antwortete der Büffel. Wenn sie Wasser haben wollte, ging sie nur über die bestellten Felder und setzte den Krug vor dem Büffel nieder und dieser lief damit an den See, schöpfte ihn voll und brachte seiner Herrin das volle Gefäß wieder. Wenn sie Holz haben wollte, ging er ins Dickicht, brach mit seinen Hörnern Bäume ab und brachte ihr, so viel sie brauchte. Die Leute im Dorf wunderten sich. Was hat die für eine Kraft, sagten sie. Sofort ist sie immer wieder vom Brunnen zurück und in einem Augenblick hat sie immer ihr bündelt trockenes Holz gesammelt. Aber niemand ahnte, dass ein Büffel ihr zur Seite stand, nur zu essen brachte sie dem Büffel nichts, denn sie hatte nur einen Teller für sich und ihren Mann. Ja, und zu Hause, da hatte man für den tausend Künstler der Ebene besonders einen Teller gehabt und ernährte ihn sorgfältig. Hier hatte der Büffel Hunger. Sie brachte ihm ihren Krug und schickte ihn ans Wasser, er ging auch hin, aber den quälenden Schmerz des Hungers fühlte er doch. Sie zeigte ihm eine Ecke im Gestrüpp, die er urbar machen sollte. In der Nacht nahm der Büffel eine Hacke und machte ein weites Feld daraus. Wie geschickt sie ist, sagte jeder, und wie schnell sie arbeitet. Und abends sagte der Büffel zu seiner Herrin, Herrin, ich habe Hunger. Du gibst mir nichts zu essen, ich kann bald nicht mehr arbeiten. Ach wie, sagte sie, was mache ich denn jetzt nur? Wir haben nur einen Teller im Haus. Die Leute hatten Recht bei uns, wenn sie sagten, du müsstest anfangen zu stehlen. Ja, stiehl doch, stiehl einfach. Geh hier in mein Feld und nimm dir hier und da eine Bohne. Und dann geh wieder weiter. Raube nicht alle vom selben Fleck, dann werden die Besitzer vielleicht gar nicht allzu sehr gewahr und werden nicht gleich vor Schreck umfallen. Und während der Nacht kam der Büffel, er verschlang hier eine Bohne und da eine sprang von einer Ecke in die andere und floh schließlich wieder in sein Versteck. Und als die Frauen am nächsten Morgen auf die Felder kamen, trauten sie ihren Augen nicht, Ja, hey, was ist denn hier los? So etwas haben wir noch nicht erlebt, ein wildes Tier hat unsere Anpflanzungen vernichtet, man kann seine Spuren verfolgen, hö, da, das arme Land. Sie liefen zurück und erzählten im Dorf die Geschichte. Und abends sagte die junge Frau zum Büffel, sie waren sehr, sehr, sehr bestürzt, aber doch nicht allzu sehr. Auf den Rücken gefallen sind sie jedenfalls nicht, dann stiel halt in dieser Nacht noch weiter. Und so geschah es. Die Besitzerinnen der verwüsteten Felder schrien laut, sie wandten sich an die Männer und baten sie ihnen, die Wächter mit Flinten zu holen. Nun war der Mann der jungen Frau ein sehr guter Schütze. Er stellte sich in seinem Feld auf die Lauer und wartete. Der Büffel dachte, lauern würde und ging darum zu den Bohnen seiner eigenen Herrin, da wo er zuerst gegrast hatte. Halt, sagte der Mann, das ist ein Büffel, den hat man hier noch nie gesehen, das ist ein fremdes Geschöpf. Und er schoss. Die Kugel drang dicht beim Ohr in die Schläfe ein und kam auf der anderen Seite an der entsprechenden Stelle wieder heraus. Das Wundertier der Ebene überschlug sich und fiel tot nieder. Das war ein guter Schuss, rief der Jäger und verkündete es im Dorf. Nun fing die Frau an zu jammern und sich zu winden. Oh, ich hab Leibschmerzen, oh, beruhige dich, sagte man hier. Sie schien krank zu sein, aber in Wirklichkeit wollte sie nur erklären, warum sie so weinte und so bestürzt war, als sie von dem Tod des Büffels hörte. Man gab ihr Medizin, aber sie goss sie weg, ohne daß die anderen es sahen. Alles machte sich auf, Frauen mit Körben, Männer mit Waffen, um den Büffel zu zerstückeln. Sie blieb allein im Dorf zurück, aber bald ging sie ihnen nach, hielt sich den Leib, wimmerte und schrie. Ja, was fällt dir denn ein, hierher zu kommen, sagte ihr Mann, wenn du krank bist, bleib doch zu Hause. Nein, allein wollte ich nicht im Dorf bleiben. Ihre Schwiegermutter schallte und sagte, sie wisse gar nicht, was sie täte, denn Tod könne sie sich davon holen. Und als sie die Körbe mit Fleisch gefüllt hatten, sagte sie, lasst mich den Kopf auftragen. Nein, nein, du bist krank, der wird viel zu schwer für dich sein. Nein, sagte sie, lass mich doch nur. Sie lud ihn auf und trug ihn. Im Dorf angelangt, ging sie, anstatt ins Haus zu treten, in den Verschlag, wo die Kochtöpfe standen, und legte hier den Kopf des Büffels ab. Hartnäckig blieb sie auch da. Ihr Mann suchte sie, um sie in die Hütte zu holen, er sagte, dort wäre sie besser aufgehoben, aber sie entgegnete ihm nur hart, stör mich nicht. Dann kam ihre Schwiegermutter und sprach ihr sanft zu. Warum quält ihr mich, sagte sie unfreundlich, wollte mich denn gar nicht ein wenig nur schlafen lassen. Man brachte ihr Nahrung, aber sie stieß sie von sich. Die Nacht kam, ihr Mann ging zur Ruhe, aber er schlief nicht, sondern horchte hinaus, und sie, sie holte Feuer, kochte in ihrem kleinen Topf Wasser und schüttete da hinein das Paket Medizin, das sie mitgebracht hatte. Dann nahm sie den Kopf des Büffels, machte mit ihrem Rasiermesser Einschnitte vor dem Ohr an der Schläfe, da, wo die Kugel das Tier getroffen hatte, und dort setzte sie das Schröpfhorn an und sog und sog aus Leibes Kräften und es gelang ihr erst einige Stücke geronnenen Blutes herauszuziehen und dann flüssiges Blut. Hierauf setzte sie die fragliche Stelle dem Wasserdampf aus, der aus dem Kochtopf kam, nachdem sie sie ganz und gar mit dem Fett, das sie im Flaschenkürbis aufbewahrte, eingerieben hatte. Das linderte. Und dann sang sie so. Ach, mein Vater, tausend Künstler der Ebene, wohl haben sie es mir gesagt, wohl haben sie es mir gesagt, tausend Künstler der Ebene, sie haben mir gesagt. Du wirst durch tiefe Finsternis gehen, nach allen Seiten wirst du durch die Nacht ihren tausend Künstler der Ebene. Du bist die junge Wunderbaum Pflanze erwachsen aus Trümmern, die vor der Zeit stirbt aufgezehrt von einem nagenden Wurm. »Du du ließest Blumen und früchte auf deinen Weg fallen tausend Künstler der Ebene.« Als sie ihre Beschwörungsformel beendet hatte, rührte sich der Kopf. Die Glieder wuchsen wieder. Der Büffel fühlte sich wieder lebendig werden, schüttelte Ohren und Hörner, richtete sich auf und streckte die Glieder. Da aber trat ihr Mann heraus, der in der Hütte nicht schlafen konnte, und sagte, »Was hat nun meine Frau so lange zu weinen? Ich muß nachsehen, warum sie diese Seufzer ausstößt.« Da trat er in den Verschlag und rief sie, aber im höchsten Zorn antwortete sie, »Lass mich!« Doch da fiel der Kopf des Büffels wieder zur Erde, tot durchbohrt wie vorher. Der Mann kehrte in die Hütte zurück, er hatte nichts von all dem verstanden und nichts gesehen. Darauf nahm sie von Neuem den Kochtopf, kochte die Medizin, machte Einschnitte, setzte den Schröpfkopf an, setzte die Wunde dem Dampf aus und sang wieder von vorne, ach, mein Vater, tausend Künstler der Ebene, Wohl haben sie es mir gesagt, wohl haben sie es mir gesagt, tausend Künstler der Ebene, sie haben mir gesagt, du wirst durch tiefe Finsternis gehen, nach allen Zeiten wirst du durch 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 die Nacht irren tausend Künstler der Ebene, du bist die junge Wunderbaum Pflanze, erwachsen aus Trümmern, die vor der Zeit stirbt, aufgezehrt von deinem nagenden Wurm, du ließest Blumen und Früchte auf deinen Weg fallen, tausend Künstler der Ebene. Noch einmal wieder richtete sich der Büffel auf, seine Glieder wuchsen wieder, er fühlte sich wieder lebendig werden, schüttelte seine Ohren und Hörner, reckte sich, da kam wieder der Mann, beunruhigt, um nachzusehen, was seine Frau machte, da wurde sie zornig gegen ihn, er aber ließ sich in dem Verschlag nieder, um zu beobachten, was davor ging, da aber nahm sie ihr Feuer, ihren Kochtopf, alle übrigen Gegenstände und ging hinaus, dann riß sie Gras aus, um die Glut anzufachen und begann ein drittes Mal, den Büffel vom Tod zu erwecken, der Morgen brach schon an, da kam ihre Schwiegermutter und wieder fiel der Kopf zur Erde, der Tag erschien und die Wunde verschlimmerte sich, sie sagte zu ihnen, ich möchte jetzt ganz allein im See baden, man antwortete ihr, aber wie wirst du denn dorthin kommen, du bist doch krank, sie machte sich trotzdem auf den Weg, kam wieder zurück und sprach, unterwegs habe ich einen von zu Hause getroffen, der sagte mir, dass meine Mutter sehr, sehr krank sei, ich sagte ihm, er solle bis hierher zum Dorf kommen, aber er weigerte sich und sagte, man wird mir Nahrung anbieten er ist sofort weiter gegangen und sagte mir noch, ich solle mich beeilen aus Furcht, dass meine Mutter vor meiner Ankunft sterben könnte, also lebt wohl, ich gehe fort. Das war natürlich alles Lügen. Sie hatte den Gedanken, an den See zu gehen gehabt, um diese Geschichte einzufädeln und einen Grund zu haben, um den ihren die Nachricht vom Tode des Büffels zu bringen. Sie ging fort, den Korb auf dem Kopf und auf dem ganzen Weg den Schluss Vers des Tausend Künstlers der Ebene singend. Überall, wo sie vorbeikam, rotteten sich hinter ihr die Leute zusammen und begleiteten sie ins Dorf. Da tat sie ihnen kund, daß der Büffel nicht mehr lebte. Da sandte man nach allen Richtungen Boten aus, um die Bewohner des Landes zu versammeln. Und sie machten der jungen Frau schwere Vorwürfe und sagten, siehst du wohl, wir hatten es dir ja gesagt, du wiesest aber alle jungen Mädchen zurück und wolltest durchaus den Büffel haben. Jetzt hast du uns alle getötet. So weit waren sie, als der Mann, der seiner Frau in das Dorf gefolgt war, erschien. Er lehnte seine Flinte gegen einen Baumstamm und setzte sich, und sie begrüßten ihn, indem sie riefen, sei gegrüßt, Verbrecher, sei gegrüßt, du hast uns alle getötet. Aber er verstand es nicht und fragte sich, wie man ihn Mörder und Verbrecher nennen könnte. Einen Büffel habe ich doch wohl getötet, sagte er, aber das ist auch alles. Ja, aber dieser Büffel war der Beistand deiner Frau, erschöpfte Wasser für sie, schnitt Holz, arbeitete im Feld. Ganz erstaunt sagte der Mann, warum habt ihr mich das nicht wissen lassen? Dann hätte ich ihn nicht getötet. So ist es nun einmal, fügten sie hinzu. Unser aller Leben hing von ihm ab. Und darauf begannen sie alle, sich den Hals abzuschneiden. Als erste die junge Frau, indem sie rief, ach mein Vater, tausend Künstler der Ebene. Dann kamen ihre Eltern, Brüder, Schwestern, einer nach dem anderen. Der eine sagte, du wirst durch Finsternis gehen, der andere, du wirst nach allen Seiten durch die Nacht irren, ein dritter, du bist die junge Wunderbaum Pflanze, die vor der Zeit stirbt. Und noch einer, du ließest auf deinen Weg Blumen und Früchte fallen. Alle schnitten sich den Hals ab und richteten selbst die kleinen Kinder hin, die man noch in Fällen auf dem Rücken trug. Denn sagten sie, warum sollen wir sie leben lassen, da sie doch nur den Verstand verlieren würden. Der Mann kehrte nach Hause zurück und erzählte den Seinen, wie er dadurch, dass er den Büffel erschossen, sie alle getötet hätte. Seine Eltern sagten zu ihm, siehst du wohl, sagten wir dir nicht, Unglück über dich kommen würde? Als wir dir anboten, dir eine passende und kluge Frau auszusuchen, wolltest du nach deinem Kopf gehen. Jetzt hast du dein Vermögen verloren. Wer wird es dir wiedergeben, da doch alle tot sind, die ganzen Verwandten der Frau, denen du dein Geld gegeben hast. Das ist das Ende. So erzählt man in Südostafrika. Der kluge Arzt oder die Todesfurcht als Heilmittel. Es war einmal eine Frau, die war so dick, daß sie kaum gehen konnte. Und an einem Tage von den Tagen faßte sie einen Entschluß in ihrem Herzen und entschloss sich zu einem Arzt zu gehen, um Medizin für ihre Fettleibigkeit zu suchen. Und sie ging mühsam bis zu dem Haus des Arztes. Und als sie dort angekommen war, lud der Arzt sie eine näher zu treten, und er sagte zu ihr, komm, komm, tritt näher. Und sie setzte sich hin, und er fragte sie, wie es ihr ginge, und die Frau antwortete ihm, es geht alles gut, ich bin zu dir gekommen, dass du meinen Zustand dir anschaust. Und er fragte sie, aber was hast du denn? die Frau antwortete ihm und sagte, ich wünsche, ich wünsche, dass du mir eine Medizin für diese meine Fettleibigkeit machst. Der Arzt sagte ihr, wenn Gott will, aber ich muss zuerst das Orakel befragen, damit ich sehe, welche Medizin für dich passt, und du geh jetzt nach Hause zurück, komm morgen wieder und hol meine Antwort. Die Frau sagte, wenn Gott will, ja, und ging nach Hause. Am folgenden Tag kam sie wieder, um die Antwort zu holen. Der Arzt sagte ihr, geehrte Frau, ich habe in dem Buch nachgesehen und habe gefunden, nach sieben Tagen wirst du sterben. Gut, so bitte ich dich, du hast gar keine Medizin nötig, da du so bald, also in sieben Tagen ohnehin sterben wirst. Als die Frau die Worte des Arztes hörte, fürchtete sie sich in ihrem Herzen und dachte ich werde sterben und sie kehrte nach Hause zurück und sie aß nicht und sie trank nicht und sie war so betrübt und sie wurde sehr mager. So erreichte sie nun die sieben Tage aber sie starben nicht und dann erreichte sie den achten Tag aber sie starb wieder nicht und da ging sie zum Arzt und sagte zu ihm Arzt heute ist bereits der achte Tag und ich bin immer noch nicht gestorben und der Arzt sagte zu ihr bist du dicker oder bist du dünner geworden sie sagt ich bin dünn ich bin vor Todesfurcht ganz abgemagert der Arzt sagte zu ihr siehst du das eben war die Medizin die Vorred und die Frau ging von ihm weg und Gruß so erzählt man im Swahili